Jede Generation hat seine gute und seine schlechte Zeit. Mein Name ist Luise Hannes. Ich bin geboren am 21. März 1920 in Schwarm München. Ich bin geboren in Diegelschern am 13. März 1925. Ich musste Soldat werden, wir alle anderen auch. Der Mensch war damals blöd und stur. Man hat irgendwie alles ins Dunkel geschickt. Schon wieder was über die Nazi-Zeit? Oder was gibt mich das heute noch an? Diese Fragen habe auch ich mir gestellt. Da hat man nicht gewusst, gehen die wieder oder bleiben die? Das ist die gleiche Propaganda wie der Hitler. Warum geht man dann auf die Leute drauf los? Die Flüchtlinge, die wohnen in Aleppo, so wie sie sagen. Da habe ich Mitleid. Früher haben wir den Herrgott gehabt vom Gottesgarten. Und jetzt haben wir den Arschloch vom Berchtesgarten. Die Bespitzelung, die war derart stark, dass jeder still war. Wenn es um dein Leben geht. Wenn es um dein Leben geht, dann heißt es mal noch schon. Die letzten Zeitzeugen, die diese in der deutschen Geschichte so entscheidende Zeit noch persönlich miterlebt haben, sterben aus. Und deshalb sollten wir diesen Menschen noch einmal genau zuhören. Die wichtigste Frage lautet deshalb, was können wir aus all dem lernen? Jetzt muss ich halt nur lachen, weil es solche Deppen gibt. Das ist das Entscheidende. So ein Diktator, der kann nur groß werden, wenn er vom Volk unterstützt wird. Wir waren eigentlich alles mit der Nazi-Zeit begeistert. Am Anfang Arbeit hat es gegeben. Die Leute haben Häuser bauen können. Ja, weil es ein Brot ich esse, das ist ein Lied ich gesehen. Meine Mutter hat nicht mehr aufhören weiter. Weil sie gewusst hat, dass wir vier Buben... Ich sage, alles darf kommen, bis du gut kriegst. Wenn man unsere jungen Leute verschießt. Das ist sehr schön. Ich glaube, sie sind hier weiter. Ich bin sicher auf der Welt. Ich nehme die Schutz vor der Welt. Ich nehme die Schlange. Ich nehme die Liste. Vielen Dank.